Ich spreche gerade per Live-Telefonschalte mit Elmar Wiegern vom Kölner Verein Aktion Arbeitsunrecht. Elmar, kannst du mich hören? Ja, hallo, grüße dich. Ja, grüß dich auch. Wir haben eigentlich immer bislang in unseren Interviews relativ dicke Bretter gebohrt, aber ich glaube, heute haben wir uns wirklich in Sachen Ehrgeiz fast überboten. Heute geht es darum zu ergründen, wieso ist Verlogenheit in Politik, Wirtschaft und vielleicht auch in den Medien, wenn wir noch ein paar Minuten am Ende des Interviews übrig haben, wieso es diese Dinge überhaupt gibt. Vielleicht fangen wir einfach damit an, dass du uns erklärst, was du erstmal unter diesem Begriff Verlogenheit in Bezug auf Politik oder Wirtschaft verstehst. Ja, das ist ein schwieriges Feld. Also ich näher mich ja dem Ganzen aus der Perspektive im Grunde der Menschenrechte, der universellen Menschenrechte und der Rechte, die wir als Einzelne gegenüber dem Staat, also dem mächtigsten Organ, dem wir hier konfrontiert sind, auch gegenüber der Wirtschaft besitzen und dem Spannungsverhältnis, was sich daraus ergibt. Diese Rechte müssen wir ständig verteidigen, ausüben, einfordern, sie werden bedroht. Ja, und da ergibt sich jetzt nun folgender Interessenskonflikt, der im Journalismus im Grunde zum geflügelten Wort geworden ist. Es gibt ja diesen Satz, Journalismus ist, wenn du etwas druckst, was jemand anders nicht gedruckt sehen will. Alles andere ist Public Relations. Dem bin ich jetzt gestern nochmal so ein bisschen nachgegangen. Das ist eigentlich interessant. Das Zitat wird oft George Orwell in den Mund gelegt oder Randolph Hearst, also einem großen und sehr aggressiven Medientycoon. Es ist aber so gar nicht nachweisbar. Es taucht irgendwie ab den 1990er Jahren irgendwie auf. Aber im Original hat Randolph Hearst, glaube ich, etwas anderes gesagt. Alles, was jemand nicht gedruckt sehen will, ist eine gute Meldung. Alles, was jemand gerne gedruckt sehen will, ist Propaganda oder Werbung. Und ja, da sind wir, glaube ich, der Sache schon auf der Spur. Also es geht um Interessen und es geht im Grunde um die Mehrheit der Bevölkerung, die nun aus Lohnabhängigen oder Unterprivilegierten besteht. Die 1% der Besitzenden und die 99% der relativ Besitzlosen. Und diese Schere geht ja immer weiter auseinander. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Medien und auch einflussreiche Lobbyisten und im Grunde Organisationen, die Druck auf Parlamentarier ausüben, jetzt in den Händen der Mächtigen sind. Und da ist eben dieses Spannungsverhältnis, würde ich mal sagen, zwischen den eigentlichen Interessen der Mehrheit der Bevölkerung und der Kunst, diese Interessen zu verschleiern, in die Irre zu führen, so umzulenken, dass man sie nutzen kann und nutzbar machen kann. Das ist im Grunde seit der Französischen Revolution, also seit dem Aufkommen der Presse, der Pressefreiheit, die Kunst der Staatsführung, würde ich sagen, und auch der Wirtschaftsführung. Also das klingt für mich ein bisschen so, wie wenn ein bestimmtes Maß an Verlogenheit mehr oder weniger sachimmanent ist. Jetzt mal auf die Gefahr hin, ein bisschen naiv zu klingen, aber das ist natürlich auch nicht gerade das erste Mal in dieser Sendung passiert. Einfach die Frage, wäre es nicht möglich, dass eine interessensgesteuerte Politik, die es natürlich zwangsläufig so geben muss, oder dass ein interessensgesteuerte Journalismus trotzdem zumindest ein Minimum an Wahrhaftigkeit pflegen könnte. Vielleicht nicht in dem Sinne, dass man immer die volle Wahrheit sagt, aber dass man wenigstens bei Tatsachenbehauptungen darauf verzichtet, direkte Lügen zu erzählen. Wäre das da so undenkbar oder ist das eine Perversion des menschlichen Denkens, was ich da gerade als Postulat an die Wand geworfen habe? Ja, also ich stimme auch gar nicht in diesen Gesang ein, dass die Politik so unheimlich verlogen sein muss. Ich halte das sogar eigentlich für eine gefährliche These, die im Grunde dem Rechtspopulismus oder dieser ganzen Strömung, die wir jetzt gerade erleben, möglicherweise sogar den Boden bereitet. Also dieser Glauben, die da oben machen eh, was sie wollen. Der kleine Mann wird immer nur betrogen. Das ist im Grunde so ein Aktion, was von der Bild-Zeitung seit Jahrzehnten gepredigt wird und es soll auf der Gegenseite oder bei den eben kleinen Leuten diese Scheiß-Egal-Haltung bewirken. Wir haben das in vielen Ländern, gehört das ja zur allgemeinen Volkskultur und das sind eben auch Länder, die dann stark von der Mafia oder von solchen mafiösen Strukturen geprägt sind. Also Mexiko, Italien, Argentinien, da ist das allgemein gut. Die Politik, das sind sowieso alles nur korrupte Idioten und da beschäftige ich mich nicht mit. Aber nichtsdestotrotz kommen gerade in solchen Ländern die Korruptesten noch nach oben. Also das ist ja so eine neue Erscheinung, die jetzt auch in, sag ich mal, eher gediegenen westlichen Demokratien zu finden ist. Das ist also das größte Arschloch, von dem alle wissen, dass er ein Lügner ist, ein Dummschwätzer, ja ein aggressiver Idiot, dass sie den aber dann irgendwie wählen oder die anderen gar nicht mehr wählen gehen oder was weiß ich was, sich dem unterwerfen. Also Mechanismen sind mir relativ unklar. Ich rede jetzt hier von natürlich Donald Trump, Boris Johnson oder auch dem Urvater dieses Typos, würde ich mal sagen, Silvio Berlusconi. Ja, aber diese Kultur, die da entsteht, ach, oder die das möglicherweise sogar vorbereitet, lassen wir die da mal machen. Und die Politik ist sowieso irgendwie verlogen und die Medien lügen an sich. Das ist irgendwie nicht meine Strecke. Also ich glaube selber an die Macht der Recherche, der Fakten, des Begreifens von Zusammenhängen. Ich bin irgendwie ein Kind von Voltaire und diesem Gedanken, vage es deinen Verstand zu benutzen, stell die richtigen Fragen und beschäftige dich, grab dich ein. Erstaunlicherweise kann man so in Deutschland also in relativ kurzer Zeit zum Experten werden. Man muss sich nur mit einem Thema mal intensiver beschäftigen und ich stelle dann fest, das tut sonst keiner. Ja, und schon bin ich Experte. Also ich habe mich jetzt beispielsweise, weil wir damit gerade stark beschäftigt sind, mit dieser Szene der Maulkorb-Anwälte, also der Anwälte, die einstweilige Verfügung, Abmahnung und so weiter erwirken, beschäftigt. Da gibt es im Grunde nur drei Kanzleien. Eine heißt Scherz Bergmann, das ist die Marktführende. Und dann kommt jetzt aber die Nummer zwei bundesweit, Ralf Höcker, ins Spiel. Und der hat jetzt in den Coup gelandet und hat den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen als Off-Counsel, also als so eine Art Teilzeit-Ruheständler eingekauft. Und da habe ich mich jetzt mal so ein bisschen mit beschäftigt und einen längeren Artikel die letzten Tage geschrieben. Ja, und ich bin, glaube ich, der Einzige, der das tut. Ja, also sonst macht das irgendwie keiner. Also dieses einfache Wissenwollen, was ist da eigentlich los, was passiert da, was hat eigentlich jetzt der Verfassungsschutzpräsident mit diesem Abmahn-Anwalt zu tun, der übrigens für die AfD dann stark tätig wurde. Und Maaßen ja selber ist auch eine AfD-nahe Figur. Ja, das recherchiert sonst keiner. Also diese Kunst, nachzuwühlen und länger an Themen dran zu bleiben, kann auch extrem befriedigend sein und Spaß machen. Und vor allen Dingen, wenn man dann in so einem großen, reichen Land wie Deutschland auf einmal der Experte auf dem Thema wird, weil sich sonst einfach niemand damit beschäftigt. Also ich würde das viel mehr Leuten nahelegen, sich in Dinge reinzuwühlen und dann vor allen Dingen zu fragen, ja, was sind da die Interessenslagen, wer steckt dahinter, was sind die Verbindungen, die Netzwerke und so weiter, die sich da auftun. Möglicherweise ist das schwieriger, als man denkt. Ich halte das, also für mich ist das irgendwie naheliegend und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Leute das eigentlich tun. Also wie viele immer diesem schnellen Zeitgeist hinterherlaufen, diesen Trends, die da gesetzt werden und wie wenig Leute eigentlich dann an einem konkreten Thema dranbleiben. Ja, natürlich haben viele Menschen auch nicht die Zeit und die Muse, um sich so intensiv mit einer Sache zu beschäftigen. Aber es ist natürlich schon eine klassische These, wo du dann ja so vorhin Voltaire erwähnt hast. Man könnte natürlich noch weiter in die Vergangenheit gehen und Platon und Aristoteles bemühen. Dass es sehr wichtig ist, dass die einzelnen Bürgerinnen selbst sich stärker in die öffentlichen Belange einmischen, als dies in einer Massendemokratie üblich zu sein scheint. Also die meisten Leute gehen, wenn überhaupt, zur Wahl. Und selbst da ist die Wahlbeteiligung eher gering. Und oft hört man ja auch, dass die Wahlentscheidungen nicht immer so fundiert sind. Es scheint uns ein wenig an, diese Kultur des bürgerlichen Engagements zu fehlen. Dann beflügelt das oder begünstigt das, deiner Meinung nach, die Verlogenheit in der Politik? Ja, das weiß ich nicht so genau. Also ich glaube auf jeden Fall, dass der Neoliberalismus, also die Epoche, in der wir gerade leben, möglicherweise, die sich jetzt hier auch dem Verfallsstadium nähert, und möglicherweise auch bald abgelöst wird, durch noch etwas viel Schlimmeres, also wieder so einen autoritären Medienfaschismus oder sowas, keine Ahnung, mal gucken. Aber dass diese Epoche natürlich auf allgemeiner Verblödung und der Herabsenkung des Niveaus beruht. Und ich meine auch, dass da so ein schleichender Staatsstreich beziehungsweise eine Kulturrevolution stattgefunden hat, die gezielt darauf gesetzt hat, also die Zentren der Wissensproduktion und auch der Bewusstseinswerdung zu schleifen. Also das ist jetzt auch nicht meine eigene These, sondern das schreibt Noam Chomsky. Also die Universitäten, die Zeitungen, die öffentlich-rechtlichen Sender, hier ist es vor allen Dingen die Quoten, das Quotendiktat und das Privatfernsehen gewesen. Dann ab 2005 diese Facebook und so, diese Social-Media-Gedöns, Twitter, wo im Grunde so eine allgemeine Herabsenkung des Niveaus, wo das irgendwie durchexerziert wird. Ich bin neulich am Wochenende im Auto gefahren, zwei Stunden lang bin ich mitgenommen worden, dankenswerterweise. Aber die Frau hörte dann die ganze Zeit eins live, einen Sender, den ihr bei euch, glaube ich, nicht hören könnt. Aber da wird immer nur Plastikmusik gespielt, also so DJ-Musik, die am Laptop entstanden ist. Also das ist auch so eine Nivellierung des, sagen wir mal, Hörens. Also ähnlich vergleichbar mit Speisen, die aus, sag ich mal, künstlichen Aromen zusammengemixt werden. Sowas passiert da auch in der Musik. Es war echt, ich bin richtig aggressiv geworden, als ich da zwei Stunden lang saß. Da musste ich mich wirklich beherrschen. Jedenfalls diese Absenkung des Niveaus ist, glaube ich, eigentlich geplant und auch intendiert gewesen. Und die führt dann auch zu einer Absenkung der Wahlbeteiligung, zu einer Resignation. Gleichzeitig ist es so, dass die Leute natürlich ärmer geworden sind. Das heißt, mehr arbeiten müssen, mehr Billiglohn, Jobs haben und dann einfach keine Zeit haben. Die müssen rennen und machen und tun, um zu gucken, dass sie noch über die Runden kommen, dann noch ihre Kinder versorgen und so weiter. Und diese allgemeine Überforderung betrifft uns jetzt insbesondere stark. Also unser Verein heißt ja Aktion gegen Arbeitsunrecht und wir haben viel mit Betriebsräten zu tun, Gewerkschaftern und die sind also bis über beide Ohren immer zugedröhnt mit Terminen, Schriftsätzen, Sachen, die sie bereden müssen. Und da bleibt dann wenig Zeit, sich um andere Dinge noch zu kümmern. Also diese allgemeine Überforderung gehört auch mit zu dem System dazu. Ja, so würde ich jetzt mal die Sachlage beschreiben. Ja, das ist natürlich, wie schon eingangs dann ja gesagt, also eine sehr schwierige Gemengelage offensichtlich. Jetzt auf die Gefahr hin, wieder mal etwas naiv zu klingen, deswegen schiebe ich vielleicht dann ja voraus, wie ich auf die Idee gekommen bin. Also als ich dann ja halt dieses Interview ein bisschen vorab recherchiert habe, bin ich gedanklich nochmal auf das Thema Ad-Hoc-Mitteilungen in der Wirtschaft gestoßen. Also da gibt es unter bestimmten Voraussetzungen, wenn eine Firma selbst erkennen kann, dass eine Situation entstehen wird, die die Kursentwicklung entweder zum Besseren oder zum Schlechteren der Firma beeinflussen kann, gibt es die aktive Pflicht, eine natürlich auch wahrheitsgemäße Ad-Hoc-Mitteilung an die Öffentlichkeit zu geben. Und es gibt natürlich Strafen, also Sanktionen dafür, wenn dies unterbleibt oder natürlich, wenn jemand in der Ad-Hoc-Mitteilung gelogen hat. Könnte, mir ist natürlich klar, dass das dann ja auf die Politik schwer übertragbar ist, aber könnte dann vielleicht so eine stärkere Sanktionierung oder wenigstens der Anspruch, dass es da so etwas wie Sanktionen gegen häufige Verlogenheit in Staat und Gesellschaft gibt. Könnte das denn ja so helfen? Würde das was bringen? Wäre das überhaupt denkbar? Ja, also du zitierst ja hier das Aktienrecht im Grunde, die Aktiengesellschaft. Ja, natürlich, klar, ist ein Spezialfall, aber so nicht völlig singulär. Genau, nein, nein, es gilt ja auch in der allgemeinen, also wenn man die Tagesschau guckt oder dann vor der Tagesschau kommt immer dieser Börse, ein Heini, gilt es so als das Musterbeispiel der Wirtschaft schlechthin, die Aktiengesellschaft. Natürlich muss man wissen, dass immer weniger Unternehmen halt an der Börse gehandelt werden und aggressive Finanzinvestoren eben Formen finden, Unternehmensformen, die solche Transparenzpflichten eben überhaupt nicht vorsehen. Das ist nun mal wichtig zu betrachten, aber nichtsdestotrotz sind diese Aktiengesellschaften natürlich oder diese Transparenzvorschriften wichtig. Ja, bei dem Begriff des Politischen würde ich erst mal zunächst mal einhaken. Also ich meine ja, dass die Wirtschaft, diese Trennung, also ich weiß gar nicht, ob es speziell deutsch ist, aber hier ist eine Trennung zwischen dem Politischen und dem Wirtschaftlichen in der Kultur und auch in den Köpfen vorhanden, die ich so gar nicht akzeptiere. Also ich denke, dass die Wirtschaft Teil der politischen Sphäre ist und auch sein muss, so wird sie aber nicht gehandelt. Und das führt auch dazu, dass eben Wirtschaftskriminalität, so sie von Unternehmern ausgeht, kaum geahndet wird oder allenfalls mit, ja noch nicht mal mit Strafen, sondern mit Nachzahlungen, zum Beispiel bei systematischem Lohnraub durch Subunternehmer. Da sind keine Strafen zu erwarten. Wir haben das in sehr vielen Fällen erlebt. Also zum Beispiel in der Hotelreinigung, wo dann das Interconti Düsseldorf ein Reinigungsunternehmen anstellt, der wiederum Subunternehmer hat, die ihm da angestellt aus Bulgarien liefern. Und dieser Mann, Carly Zingsheim, wird andauernd verurteilt vor dem Arbeitsgericht, Lohn nachzuzahlen, aber er erhält keine Strafe. Er zahlt es dann nach. Die Frau wird dann entlassen oder ist sowieso schon gefeuert worden. Und dann macht er einfach so weiter. Da müsste im Grunde die Staatsanwaltschaft eingreifen oder die Steuerfahndung. Diese Leute sind auch informiert worden, aber sie agieren einfach nicht. Und hier ist das Problem weniger das Gesetz oder die Vorschriften, sondern dass die Kontrollbehörden personell unterversorgt sind. Und noch schlimmer, dass sie sich selber gar nicht ernst nehmen. Auch dieses Arbeitsgericht ist im Grunde, wenn wir jetzt über diese Fälle von Lohnraub und systematischer Unternehmerkriminalität reden, eher so ein Spaßgericht. Ich habe dieser Richterin dann auch mal gesagt, mit der wir da in Düsseldorf zu tun hatten, ja, da müssen Sie mal eine Razzia machen. Da könnten Sie mal im Interconti die Schlüssellisten sich besorgen durch die Staatsanwaltschaft und die Polizei. Da ist nämlich genau aufgeführt, wann so eine Putzfrau in dem Hotel ist und wann nicht. Und dann sieht man, dass die Lohnabrechnungen damit überhaupt nicht übereinstimmen. Dann besorgen Sie sich die halt. Razzia. Aber sowas ist da überhaupt nicht denkbar. Ja, das machen die nicht. Da wird immer nur so ein bisschen Lohn nachgezahlt und das war es dann. Also, ja, ich würde zu der Diagnose gelangen, dass hier weniger ein Problem mit den Gesetzen und Vorschriften existiert, als mit der Durchsetzung, mit der Kontrolle und dem Personal, sogar dem Willen dieser staatlichen Organe, das überhaupt durchzuexerzieren. Also da ist eine riesengroße Verlogenheit zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen dem Bild, was dann auf Gewerkschaftstagen, wenn dann der Arbeitsminister dort spricht oder gar die Bundeskanzlerin vor DGB-Versammlungen, Jubiläen und so, das Bild, was sie da zeichnen und die Realität, das, was die Leute erleben im Alltag, dass das sehr weit auseinanderfällt. Das ist also im Grunde so eine Grundverlogenheit oder fast schon so ein Hologramm, was da gezeichnet wird, was mit der Realität dann nichts mehr zu tun hat. Die Leute begreifen das aber nur schemenhaft und führen das möglicherweise sogar auf sich selber zurück. Also nur sie selber haben jetzt Pech gehabt oder sogar Schuld daran an ihrer eigenen Lage oder ein schlechtes Los gezogen, sehen gar nicht, dass es ein System ist, was dahinter steckt. Und das führt halt eben zu Resignation, Verbitterung, vielleicht auch Selbsthass, vielleicht auch diesen negativen, aggressiven Formen, die wir jetzt in Deutschland erleben, also Fremdenhass, Rassismus, Zynismus. Ja, und ich würde sogar sagen, wir sind über das Stadium der Lüge schon längst hinaus, sondern es geht ja hier, haben wir es bei der AfD, Pegida und so weiter mit Leuten zu tun, das sind gar keine klassischen Lügner mehr, sondern die glauben das tatsächlich, was sie da erzählen. Also sie sind im Grunde getrieben von Wahnvorstellungen, Angstpsychosen, Halluzinationen oder solchen Dingen. Ja, das ist fast noch der schlimmere Befund. Tja, Elmar, so schön es ist, wir haben da eine Frage aufgeworfen und nicht so richtig geklärt und dafür fünf neue Fragen aufgeworfen. Ich fürchte, unser Zeitdeputat für heute ist zu Ende, aber wir sprechen noch mal über diese anderen Themen, denke ich mal, bei Gelegenheit und habe erstmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute bei uns in der Sendung warst. Ja, ich danke auch für die Einladung. Tschüss, Chris. Tschüss. 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 Tschüss.